HGU Wissens Datenbank Herr über sein Spiel sein? Ja, Herr über sein Spiel sein. Was bedeutet das für uns? Dieser Bereich besteht aus verschiedenen Punkten, wie zum Beispiel Hit-the-Number, Momentum, Gaspedal. Um euch das mal in einer kurzen Serie zu veranschaulichen, haben wir Florian Fritsch. Florian, komm doch bitte einmal rüber. Ja, Servus, Florian. Der gewonnen, der uns durch diese kleine Serie führen wird. Und wir beginnen hier gleich mit Baustein Nummer 1, Hit-the-Number. Genau, danke. Ja, also hier sind wir an einem Paar 3. Wie man sehen kann, auch ein bisschen spektakuläres Paar 3. Wir haben Wasser vor dem Grün, hinter dem Grün geht es bergauf. Das heißt, wenn ich lang bin, habe ich dann so einen ekligen Bergab-Chip. Und der Platz hier ist recht offen, das heißt, wir werden hier viel mit Wind zu tun haben. Und ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen durch die Routine und zeige euch dann mal, wie das Loch aussieht. So sieht das Loch aus. Das ist ungefähr die Distanz, die wir mindestens brauchen. Das habe ich gemessen. Das waren 140 Meter. Ich habe dann nochmal 10 Meter Platz und danach geht es schon auf die Rückseite des Grüns. Das heißt, hier bin ich eigentlich gezwungen, dass ich genau diese 14 treffen muss. Wie ich gerade erklärt habe, haben wir hier viel mit Wind zu tun. Das heißt, um so wenig Gefahr wie möglich zu laufen, dass der Ball im Wind sich verfängt und man kurz ins Wasser geht oder auch hinten drüber fliegt, habe ich mich dazu entschieden, zwei Schläger mehr zu nehmen und mache einen ziemlich flachen und konzentriere mich darauf, genau eine Zahl zu treffen. In diesem Fall sind es die 140 plus die 14 Meter, also 154 Meter. 154, das ist die Zahl. Ich habe meine Zahl getroffen, jetzt drei Meter für Birdie. Los geht's. 154, das ist die Zahl.